So, was läuft, Freunde? Freunde, vielen, vielen Dank für das unfassbare Feedback und diese unglaubliche Nachfrage zu meinem tiefkühlen Köftespieß. Es ist einfach zu wild, wie ihr es feiert. Ich küsse alle eure Herzen. Und ja, meine Company würde ich jetzt wahrscheinlich abfacken, weil ich sollte damit noch nicht so früh raus, aber ich muss es einfach mit euch teilen, weil ich es hier die ganze Zeit sehe. Es geht nicht nur um den Köftespieß, sondern es geht um unsere ganze Essenskultur, die wir alle so feiern, der wir aufgewachsen sind. Und es geht einfach um die Haval Grill Food Collection. Gebt euch das, bitte. Der Mini Lahmacun. Jeder, der Lahmacun liebt, weiß ganz genau, die Größe fackt manchmal ein bisschen ab, dass sie so groß sind. Und das sind die Mini Lahmacun. Ihr haut die drei Minuten auf den Toaster oder drei Minuten in die Pfanne ohne Öl und die sind fertig. Und die schmecken unnormal. Und jetzt kommt's. Sucuk-Köfte. Köfte mit Sucuk. Und jetzt Cheese-Köfte mit Gouda Kiss. reliable Sauber Frieden Director aus. Und jetzt gibt's die Reaktion die Liebe 어디 mal ausでしょう. ald- Ministries aus unde aus Untertitelung des ZDF, 2020